Hallo liebe Kunden, heute ist ein ganz besonderer Tag. Ich stehe nämlich hier vor der Himmelsforte und wir kontrollieren hier, ob die Weihnachtselfen das Weihnachtspaket von Marein Karawaning, welches Sie individuell zusammengeklickt haben, genau so zusammenstellen, wie Sie es wünschen. Da schlage ich vor, kommt einfach mal mit. Ach, da ist er ja, sind mal ausgeschlafen. Ja klar. Dann kommen Sie mal mit, der Chef, der wartet schon. Okay. Zicke, 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 ho, ho, ho. Ah, du hast uns das eingebracht. Okay. Euer Weihnachtsangebot bringt uns an die Grenzen unserer Kapazitäten. Sag mal, Ruprecht, das darf doch wohl nicht wahr sein. Nicht hier rumstehen, arbeiten, zack, zack, zack. Ich bin doch hecknäst. Das Weihnachtspaket, das der Kunde sich individuell zusammenstellen kann, ist einfach unschlagbar. Ja, und wir geraten hier mächtig in Schwitzen. Ja, aber sorry, das ist ja gerade der Coup dabei. Der Kunde will sich doch individuell sein Wunschmobil selber zusammen kreieren. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen ein Marein Karawaning, Individual-Weihnachtspaket, wo der Kunde sich aussuchen kann, ob er lieber eine Markise haben möchte, Sattanlage, TV, Hubstützenanlage, Brennstoffzelle, Anhängerkupplung, Fahrradträger, was auch immer. Er kann es frei zusammenstellen und das bis zu 5000 Euro. Das ist doch der Clou. Ja, ja, ich sehe es schon. Es wird noch sehr anstrengend für uns. Aha. Aber weißt du was, lieber Andreas? Mit deiner Hilfe schaffen wir es ganz bestimmt. So machen wir es. Also, liebe Kunden, weitere Informationen zu diesem Weihnachtspaket erfahren Sie unter www.kartago-center.de oder auf unserer Facebook-Seite unter Marein Karawaning. Sollte Ihnen der Film gefallen haben, würde mich über ein Like sehr freuen. Tschüss, wir sehen uns. Ho, ho, ho. Frohe Weihnachten, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten.